Hallo Leute, weiter geht's bei Megaman 6. Und was mir... Nee, ich dachte schon, ich wurde aufgefüllt, nachdem ich den letzten Boss besiegt habe, aber nee, ich werde nicht aufgefüllt. Nicht weiter wild. Nicht weiter wild. Zeig dich. Ich bin eigentlich gesprungen, aber sei's. Sei's drum. Ist hier noch irgend... Ah, jetzt hab ich gar nicht gesehen, dass ich da runter kann. Ich muss eh meine Waffen nicht wechseln. Ich kann hier so alles einsammeln. Mit meinem... Gott, der kommt da runter, scheiße. Mit meinem Ausbalancier-Teil da. Dann haltet ihr so verdammt viel aus. Darum macht die mir... Oh Gott, warum macht die mir so viel Damage hier. Oh, scheiße. Jep. 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 Solche Sprünge, ey. Oh, na, was ist das da? Das fällt, oder? Und natürlich verfällt das, ja klar. Gut, dann, äh, nein. Dann, äh, einfach nein. Da drüben ist das Ziel, ja. Jep. Ob ich sowas hier... Gut, hier musste man mit dem Chat arbeiten jetzt, aber vorher. Wird es, glaub ich, nicht ohne Müll. Da falle ich wieder runter, ich seh's doch. Hier doch bestimmt auch, ja. Oh, nicht in die Instant Devs reinspringen oder reinfallen lassen. Oh, jetzt leck mich doch einfach nur hier. Ah, nein, 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 nein. Dann trifft mich ja alles. Du gehst weg. Du springst und lässt dich töten, danke. Ja, diesen Sprung wage ich dann auch nicht. Jet. Hab mir noch sieben Energietanks. Krieg ich denn keine mehr jetzt? Das wäre natürlich unfair. Das wäre unfair, wenn ich hier keine mehr kriegen würde. Oh, nein, jetzt hab ich wieder diesen Idioten da am Hals. Energie, auf jeden Fall, danke. Bums, nein. Stirb. Gut. Stirb, nein. Nicht gut. Ich möchte sie töten, bevor sie schießen. Auf jeden Fall da oben. Oder da unten, meine ich. Und schon der nächste Gegner. Und ich habe keine Leben. Eins. Wobei, diese Stage war jetzt nicht schwer. Die war echt nicht schwer. Was ist das jetzt schon wieder? Gott. Was? Moment, ich... Was? Moment, Moment, Mann. Wir wissen ja... Ähm... Das hier geht nach oben, oder? Macht das Damage? Toll. Ich wollte es leiden, hat aber nicht viel gebracht. Hab ich noch nach... Ich kann damit nach oben schießen. Das haben wir schon ein paar Mal gesehen. Was ich leider auch weiß, oder... Ja, was ich mal irgendwo mitbekommen habe. Hallo? Äh, dass mein Vögelchen... Gott, das bringt tatsächlich was. Dass mein Vögelchen nicht gegen die Bosse ankommt. Ich mach da keinen Dämmen. Alter. Alter. Ich kann doch nicht gleichzeitig allem ausweichen und treffen hier. Oh Gott, Energietank. Oh, ho, ho. Der... Was sind das für Bosse hier? Jetzt mal im Ernst. Oh Gott, noch einmal treffen. Was sind das für Gegner hier? Dr. X, bist du scheiße? Jetzt mal im Ernst. Ich brauchte hier eine Waffe, die quasi nach oben schießen kann. Das ist... Das war nicht schön. Aber immerhin noch einen Schritt näher. Ich hätte nichts gegen einen Energietank und ein Extraleben, ehrlich gesagt. Okay. Okay. Da haben wir schon mal... Da haben wir schon mal das eine, das ich gerne haben möchte. Fantastisch. Ein extra Versuch. Wo gehen wir lang? Hier sieht es schwieriger aus. Weil ich hier den Chat brauche. Gut, spielt aber keine Rolle. Dann hier... Scheiße. Ah! Es ist auf jeden Fall schwieriger, hier entlang zu gehen, nehme ich stark an. Deswegen hoffe ich doch auf einen Energietank hier auf dieser Route. So, danke. Es muss doch irgendwie ein... Wollt ihr mich verarschen? Das war unfair. Na gut, die einfache Strecke... Ist eine Sackgasse. Gut, dann... Ja, es ist eigentlich fair. Es ist eigentlich fair. Trotzdem. Irgendwie fies. Wir nehmen das mit. Da lassen wir uns ganz schnell fallen, bevor der Typ schießen kann. Danke. Und... Okay. Muss man ja alles zuerst wissen, ne? Muss man ja alles zuerst wissen. Äh... Ich wollte fliegen. Oh, komm. Das geht besser, Megaman. Ungefähr so, ja. Und jetzt... Stirb doch mal. Oh, komm. Komischer Typ, du. So, nun sind da oben ganz viele Gegner. Ich hab's gesehen. Warum nicht denn? Flash! Psiung! Hehehehe. Oder? Oder mein Vögelchen. Ah, nee. Das muss ich zuerst wieder umschubsen. Ah, schön. Boom! Nein! Äh, ja, nee, ist klar. Weil ich's nicht one hit besiegen konnte. So nämlich. Was ist denn jetzt das hier für Dinger? Hm. Stell mich grad an wie der letzte volle Jude. Was sind das für Dinger hier? Aha, solche Dinger. Aha, solche Dinger. Nein, nein! Fucking, fucking, fuck. Rüber da. Äh, Pflanzenschild. Jo. Ich hab gesagt Pflanzenschild. Oh nein, das wird ein Hauptspaß. Seht ihr es auch? Ich sollte hier nicht unbedingt zu... zu... Ey! Was soll ich denn da in der Luft machen, bitte? Was soll ich denn da in der Luft machen, bitte? Okay, mein Vögelchen, ja. Aber das könnte man ja theoretisch auch übersehen haben. Instant Death Bikes. Fantastische Erfindung. Wobei, Dr. X, das hatte schon Dr. Wily. Ja. Brauchst nicht unbedingt jetzt das Gefühl haben, Oh, ich hab was Tolles erfunden. Nein, hast du nichts. Das war scheiße, war das. So. Für dich brauch ich wieder... Das da. Booms. Aber ich kann ja nicht gleichzeitig... Oh, scheiße. Ich kann ja nicht gleichzeitig hier... meinen Blitz haben und fliegen. Deswegen sollte ich das... Toll. Deswegen sollte ich das vielleicht lernen. Hm. So, hoch da. Dann seh ich doch gleich was. Dieser Haufen Scheiße da. Noch nichts kommt angeflogen. Noch nichts kommt angeflogen. Das ist nett. Okay, okay, okay. Ist gut. Oh, nee. Nee, nee, nee. Das mach ich nicht so. Nee, nee, nee. Bearsch mich nicht. Ich hab kurz vergessen zu atmen, Leute. Nur kurz. Keine Sorge. Kampis dich doch jetzt mal. Oh, dieser Sprung, ey. Hab ich's bald geschafft. Was da unten lohnt sich ganz bestimmt wieder. Oh, ich muss da unten lang gehen. Oh, ich will aber nicht. Warum kann ich diese Scheißdinge nicht zerstören? Vielleicht kann ich die aus dem Bild raus... äh, flitschen. Ja, eines zumindest, ja. Hier lass ich mich einfach treffen. Und hier dann auch. Was? Ach so, da war ein Energietank drunter. Ich musste den quasi befreien. Ja gut, dann, ähm... Jo, hat sich das doch gelohnt. So. Alles zerstören, dass mir irgendwie ein Problem darstellen könnte. Aber ein Leben, bitte ein Leben. Und hier, ja gut. Das war ein Anführungszeichen nur für einen Energietank. Wobei ich hätte hier auch unten durchgekommen, nehme ich an. Was ist los? Oh, falsche Mega-Mein-Power. Oh. So, und jetzt? Oh, da war noch Energie drin. Oh, die müssen alle verarschen. Nein, 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 nein. Oh, ich muss... Überall, wo man runterfallen kann, da bin ich nicht so gerne. So klar, dass da noch irgendwas auftauchen muss. Das gibt's doch alles nicht hier. Alles und... Alles und jedes Vieh schießt nach mir. So. Du, leck mich. Kommt da was? Nee. Aber ich fliege natürlich wieder. Alles andere... Könnt ihr vergessen. Oh, halt. Hep. Power. Springen. Boom. Und darüber. Okay, das war nett. Aber natürlich wieder weiter mit dem Chat. Du verpiss dich mal da. Als ob ich das irgendwie jemals anders machen würde. Ach so. Ernsthaft. Okay, was kommt jetzt? Das war eine Scheiße. Oh, ich habe nur noch ein Leben. Meine Freunde. Ich werde Energietanks einsetzen. Jo. Was kommt? Ein Ober-Meetool. Okay, was muss ich... Okay, das macht nicht viel Damage. Alles ausprobieren. Das macht auch nicht viel Damage. Schießt aber schnell. Wind bringt einen Scheiß. Frost-Attacke. Hat das was gebracht? Ich glaube, ja. Oh, fucking, fucking, fuck. Ja. Frost bringt was. Oh Gott, ich konnte gerade beinahe ausweichen. Komm schon. Kein Energietank. Und stirb. Yes. Ja, haha. Sehr gut. Weil diese Stage war jetzt auch nicht so angenehm, ja? Deswegen gut. Aber ich bin auf meinem letzten Leben. Das muss ich mir einfach eingestehen. Und? Wir sind da! Gut, da wir da sind, ähm... Ja. Soll ich mich besiegen lassen? Nee, wozu auch? Ich habe ja eigentlich nichts zu verlieren. Ich habe eigentlich wirklich nichts zu verlieren. Grundsätzlich. Oh, shit. Moment, jetzt kann ich dich so besiegen. Yes! Wunderbar. Soll ich das hier riskieren? Ich habe es riskiert. Hätte nicht gedacht, dass das klappt. Umso besser. Okay, ja, Kack. Kanonen. Ihr könnt grundsätzlich nicht viel, außer mir auf den Sack zu gehen. Ja, wenn natürlich drei Stück da sind. Hallo? Das ist ein ziemlich scheiße. Habe ich denn hier die Hälfte meiner Leben verloren. Komm schon, apropos Leben. Ja, war okay. Aber ein richtiges Leben wäre auch schick gewesen. Ähm. Beat! Los! Danke, Beat! Mein Gott, was sehe ich denn da? Energietank. Ein neunter Energietank wieder für mich. Ich fühle mich doch gleich wieder viel besser. Und da durchgehen ist aber keine Falle. Nü. Und wir füllen auf, wir füllen auf, wir füllen... Ah, komm. Wir lassen es selber entscheiden. Da ist wieder die Falle. Oh, es ist auf jeden Fall eine Falle, oder? Ja, ich werde auf jeden Fall erwischt. Bisschen unfair, aber mein Gott. Für den Energietank lohnt sich das auf jeden Fall. Was ist das? Kann ich da wieder das farmen, oder was passiert da? W- Öh! Vögel! Alles klar, gut, 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 gut. Ich kann die Dinger hier nur verschieben. Nein, falsche Waffe. Das Ding hier nur verschieben. Verschieben! Und wir wechseln zur Pflanze. Im Shield! Yes! Das war klug. So ein Shield ist immer praktisch. Ja, als ob. Als ob ich jetzt hier mit meinem letzten Leben solchen Quatsch mache. Hier einfach rüber. Einfach rüber. Ui! Uiuiuiui! Was weißt du genau von mir? Das unten ist auch nicht so wirklich eine Bedrohung. Holen wir uns auch. Vielleicht ist da wieder was versteckt drin. Leben vielleicht. Nein, gar nichts. Hätte mich auch gewundert, aber hätte er sein können. Was sagt die Zeit? Der Part ist gleich durch. Ui! Natürlich achte ich genau dann auf die Zeit, wenn ich auf dem Bildschirm starren sollte. Okay, hier kann ich mir nicht viel. Da geht's da rechts auch weiter. Scheiße geht es. Wusste ich nicht. Ich habe irgendwas übersehen. Bestimmt war es ein Leben. Weil, Energietank? Jo. Ich dachte nicht, dass ich das je immer sage, aber brauche ich nicht. Okay, auch kein Problem. Hoch da. Stimmt, da drüben, ja. Bis der Cap kommt, lang ist aber sicher, verstehe ich eure Denkweise. Nicht immer. Nee, nicht immer. Okay, da. Ich kann hier da nicht hochfliegen, nee. Das wäre zu leicht. So, vorsichtig. Nicht, dass da wieder noch ein Energietank. Wollt ihr mich verarschen? Aha, ich verstehe jetzt einen Punkt. Ich kann mit dem Energietank versauen. Allerdings, brauche ich den ja nicht mal. Deswegen macht das nix. Oh nein, solche Viecher. Ähm, Flash. Und dann wieder rüberfliegen. Nicht, dass ich in der Luft getroffen wäre. Das wäre nicht schön. Nein. Okay, das war besser als gedacht. Oh shit. Einfach nur. Einfach nur rein da. Einfach nur rein da. Oh mein Gott. Aber es ist immer noch mein letztes Leben, oder? Es ist mein letztes Leben. Aber ich habe neun Energietanks. Neun Stück. Okay. Bist du's, Dr. X. Zeig dich. Oh mein Gott. Was tust du? Was tust du? Oh, ich verstehe, was du tust. Oh Gott. Okay, wir testen wieder Dinge. Nein, zuerst den Energietank. Wir testen Dinge aus. Wir testen einfach nur Dinge aus. Da ist jetzt diese Verkackte. War das guten Damage? Irgendwie nicht, oder? Nö. Nö, irgendwie nicht. Äh, Sturm. Habe ich nicht gesehen. Ne, war kein guter Damage. Das war vorhin schon. Feuer vielleicht. Das war, glaube ich, gut. Oh, akzeptabel. Aber erst noch einen Energietank nehmen. Unbedingt. So. Feuer ist akzeptabel. Ja, stirb. So, Dr. X. Was? Mein Plan für die Weltlehrschaft ist gescheitert. Aber ich habe immer noch genug Kraft, um dich zu zerstören. Nein, tu das. Dr. Wily. Ach du Scheiße. Oh, sein verkacktes Ufo. Es war wie immer Dr. Wily, nicht Dr. X. Lass den Finankampf beginnen. Na toll. Nochmal ein Dr. Wily-Schloss. Fantastisch. Viele Stages. Zu viele. Zu viele. Scheiße. Naja, gut, Leute. Wir sind eben noch bei meinem letzten Leben, was ein Problem ist. Deswegen sollte ich mich vielleicht mal besiegen lassen. Dann heißt auch wieder alles voll und meine Energietanks habe ich ja auch noch. Aber wir werden sehen. Leute, das war es für heute mit Mega Man 6. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.